Ufff, ufff, gut. Okay? Gut. So, willkommen bei meinem nächsten RPG Maker Projekt als Let's Play. Und zwar spiele ich diesmal Unleashing of Chaos Und zwar ein Spiel von Kevin Margin Sonic Ring. Okay. Hey, der Schiff heißt, wie ich. Ja, ich werde das Spiel hier komplett blind spielen. Also, selbst den Titelbildschirm sehe ich hier jetzt zum ersten Mal. Da ja, einfach mal starten und gut, passen. Äh, gut. Rein theoretisch würde ich ja immer die schwierige Variante nehmen, aber ich hab keine Ahnung. Mal einfach mal machen. Vor vielen Jahren lebten tief im Wald mächtige schwarze Magier. Jeder von ihnen hatte eine dunkle Gabe. Damit waren sie nicht aufzuhalten. Sie beschworen mächtige Monster. Jeder der Magier war so stark wie eine ganze Armee. So, meine getreuten Diener. Der Tag der Abtrechnung ist gekommen. Insgesamt stehen nur noch acht ursprüngliche Schlösser. Es wird Zeit, auch das letzte zu Fall zu bringen. Ich seh... Im Moment seh ich irgendwie zu viele Parallelen für Parallelen. Ich weiß nicht wieso. Ein letztes Mal werden wir uns der Kunst bedienen, Dämonen zu beschwören. Wenn auch dieser Widerstand fällt, dann gehört uns die ganze Welt. Ja, lach mich. Lach. Ja, Meister. Wir werden sofort mit der Formel beginnen. Boah. Ich will... Das will ich dir auch anraten. Kreaturen der Nacht. Leid uns eure Macht. Betretet diese Welt als mein Kind. Macht mich zum Herrscher ganz geschwind. Meister. Was können wir für euch tun? Ich befehle euch, dass ihr das Schloss westlich des Waldes angreift und verschont niemanden. Euer Wunsch ist unser Befehl. Okay, tut mir Böse an. Oh mein Gott, was seid ihr? Ähm... Nein, bitte! Tötet mich nicht! Okay, ich hab das Gefühl, jetzt kommt meine Musik. Ist nämlich so... Ich hab das halt davor gepatcht, anscheinend funktionieren der MP3s trotzdem nicht. Sobald die nächste Pause ist, mach ich also den alten Ordner wieder rein. Nein! Und wenn da wirklich Musik war, mach ich die im Hintergrund reinlegen. jetzt abneinander Hola einfach mal Wir sehen uns zumindest im Bituttichen zu folgen. Michael, ihr hab die Leider auch Kag ley? Okay. So, ja. Okay. Also, ich weiß nicht, ob man den Schnitt jetzt... Man sieht ihn eindeutig. Ich hab den Fett mal doch schnell rückkehrig gemacht und... Schein kommt wirklich an der Stelle keine Musik. Nein, bitte. Uh. Aber es ist ziemlich böse Musik. Dort ist auch keiner gekommen. Die Armee steht auch schon vor der Tür. Oh je, das ist keine gute Nachricht. Walna. Wir müssen hier weg. Walna ist da. So, wir haben ein Vampir auf unserer Seite. Jetzt können wir nicht mehr verlieren. Hinter dir. Na los, komm her. Oh mein Gott, er war doch noch fast ein Kind. Ja, er war. Erst einmal nix weg hier. Äh. Aber im Normalfall trittet man dann nicht unbedingt die Leiche weg. Ah Gott. Oh mein Gott, was für ein Massaker. Ach. Dann kann ich dem nur zustimmen. Nix und niemand außer der Jerken der Dunkelheit leben. Es scheint fast so, als wäre ich der letzte noch lebende in diesem Schloss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch bist. Okay, ich sehe keine Alternative mehr. Ich werde all diese Kreaturen nun bannen. Da ich den Zauber aber noch nie benutzt habe, ist er für mich sehr gefährlich. Okay, und ich werde die Musik wieder haben. Oh. Keiner von euch wird meiner Rache entkommen. Ich werde jeden von euch aus Ort wegsperren. Jeden. Du willst uns alle besiegen. Dieser Versuch will dich nur zu gerne sehen. Ihr werdet euch wundern. Was hast du mit der Truhe vor? Ich werde euch alle da reinsperren. Niemand wird mir von euch entkommen. Truhe. Also los. Rektaro Cox Intentior Mortentor Vreen Noxa in Exigur. Okay, es scheint ja funktionieren. Oder? Pssst. Pssst. Ja, aber irgendwie bin ich jetzt unter der Christkiste mit Graben. Pssst. 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 Ich glaube er hat es nicht überlebt, oder? 20 Jahre später. Pssst. 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 Aua. Meine Schäden! Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Das Einzige, was ich noch weiß, ist mein Name. Ich heiße Alan. Ich scheine auch ganz allein zu sein. Also werde ich wohl selbst sowas finden müssen, was passiert ist. Also, speichern kann ich so spontan nicht. Nein! 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 Ähm. Schlecht. Speichersteine. Ganz schlecht, mega schlecht, mega mies, krass mies. Ich glaube, ich mache gleich auch einfach schalten. Weil ich sehe in dem Spiel einige Parallelen zu Vampire Stone. Daher vermute ich einfach mal, dass wenn man leicht spielt, man schon ein Speicherkastteil zum Speichern hat. Oh je, das ist alles so furchtbar verwirrend. Weder weiß ich, wo ich bin, noch wie ich hergekommen bin. Wenn ich mir das alles zum Anstieg sehe, scheine ich auf einer kleinen Insel zu sein. Ich werde sie einfach mal ein wenig erkunden. Vielleicht finde ich ja etwas, das mir weiterhilft, mich zu erinnern. Wenn ich nur wüsste, was bedeutet dieser Traum, den ich hatte. Ach, das war ein Traum. Dieser Krieger sah mir so unglaublich ähnlich. Vielleicht finde ich auf dieser Insel ja eine Statue von der Art. Rote Farben wird dort in Stellen. Warum? Ja, das wollte ich schon bemerken. Sie helfen einmal in Stellen wiederzufinden, also laufen in der Gelegenheit rum. Miniment, okay. Ich finde es verschiedene Tutorials im Ingental. Okay, und ich muss jetzt mal kurz was rausfinden, weil das sowieso entläuft, kann ich es nicht akzeptieren. Eventuell mache ich es noch auf Einfachschalten und dann gucke ich auch mal, was mit der Musik los ist, weil eine Weltkarte ohne Musik, das geht jetzt echt nicht. Irgendwas muss sein. Und auch wenn ich einen Speicherstand verscheide, ist mir das im Moment wert. Öff.